Herzlich Willkommen zu meinem kurzen Fragenkatalog, liebe Freunde, den ich hier mir für euch überlegt habe. Ich habe mir hier mal so ein paar Gedanken gemacht, wie sieht es denn mit der Zukunft dieses Kanals aus? Daher auch die Ausgangsfrage, wie seht ihr die Zukunft dieses Kanals? Ja, Fragenkatalog, das sagt es eigentlich schon. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die ich euch gerne stellen würde und würde mich auch freuen, wenn ihr da Antworten geben könntet, Vorschläge geben könntet. Ja, aber zuerst einmal, wieso mache ich das überhaupt? Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Da habe ich nämlich noch ein besonderes Anliegen, das vorweg kommt und zwar gestern, ja am gestrigen Tage, nach dem heutigen Stand, habe ich die Endauswertung veröffentlicht und die ersten Kommentare waren ganz in Ordnung. Die meisten haben sich darüber gefreut, dass Rome gewonnen hat und dann kam ein Kommentar, der hat mich natürlich ein bisschen nachdenklich gemacht. Er hat geschrieben nach dem Motto, Die Leute, die sich für Rome entschieden haben, konnten ja sowohl einen Kommentar schreiben, als auch den eigenen dann liken oder einen anderen noch liken, das heißt mehr als eine Stimme haben. Das stimmt, muss ich erstmal dazu sagen. Da hat dieserjenige wirklich recht gehabt. Nur ich dachte, dass es nicht so ein großes Problem ist, ne? Und da möchte ich mich mal kurz zu äußern. Ich versuche das so kurz wie möglich zu halten. Würde euch mal bitten, das Video auch ganz zu Ende zu schauen, denn es ist auch wirklich sehr wichtig. Jetzt nicht nur die Fragen, sondern auch das, was ich jetzt sage. Ich bin immer ehrlich gewesen, deswegen spreche ich das jetzt auch an und kümmere mich auch da sofort drum und lasse es nicht so stehen. Und ja, das sollt ihr mal wissen, dass ich immer ehrlich war, dass ich immer offen bin, deswegen auch der Fragenkatalog jetzt zum Beispiel, den ich jetzt gleich vortragen werde. Wie gesagt, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich möchte mir gar keinen Unfrieden haben und deswegen halte ich es auch nochmal für wichtig, dass er dann nachher besonders zuhört. Aber jetzt nochmal die eingehende Frage, wie seht ihr das mit der Entscheidung? War das jetzt wirklich sehr unfair? Weil es ist ja auch so, die Napoleon-Leute hätten das ja auch machen können. Nur muss man dazu sagen, ich habe mir persönlich jetzt nicht darum Gedanken gemacht, was es für eine andere Methode gibt, die fair sein könnte, wo jeder auch nur einmal abstimmen kann. Weil seien wir mal ehrlich, selbst da könnte man sich dann wieder mehrere Konten oder irgendwas erstellen, um dann mehrmals abstimmen zu können. Am Ende ist es alles relativ. Also so fair ist es nie wirklich, ne? Sagen wir es so 90 bis 95 Prozent vielleicht. Aber nun habe ich auch nicht so viele Zuschauer, als dass so viele dann dafür abstimmen könnten. An den meisten geht das ja auch vorbei. Wie sieht ihr das? Sollte man die Entscheidung nochmal wiederholen lassen? Mir persönlich wäre es nicht so recht, weil ich finde, wir haben jetzt lange genug erwartet und dann sollten wir es auch mal starten. Wir können Napoleon ja immer noch später starten. Ich kann es noch später starten. Parallel eher nicht, denn ich möchte das getrennt voneinander halten. Ja, das ist erstmal die grundsätzliche Anregung unter anderem für dieses Video, weil ich denke ja auch immer nach, wie kann es weitergehen? Und daher habe ich mir ein paar grundlegende Fragen jetzt mal überlegt. Es sind insgesamt fünf Stück an der Zahl. Das ist nicht viel, aber ich bitte euch eben, weil es nicht so viel ist, dass ihr da auch trotzdem viel dazu schreibt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir da an die, ich weiß nicht wie viele, Kommentare zusammenkriegen. Ich werde darauf auch eingehen am besten und vielleicht sogar auf jeden Kommentar, wenn da gute Vorschläge und so weiter und Meinungen bei rumkommen. Gute erste Frage, ich blende sie mal ein. lautet, was mögt ihr an meinem Kanal bzw. an mir? Seht ihr, ich führe das jetzt mal weiter aus, seht ihr Potenzial in diesem Kanal oder ist es so ein Gelegenheitskanal für euch geworden, sage ich mal, bei dem man ab und zu mal vorbeischaut? Was ist quasi das, was mich für euch attraktiv macht? Was schätzt ihr daran? Das ist immer die eine Seite. Dann kommt natürlich auch nochmal die andere Seite in der zweiten Frage. Blende sie mal ein. Was stört euch? Ich habe ja gemerkt, dass natürlich Dislikes kamen. Zum Beispiel bei der Abstimmung gab es drei Dislikes. Ich weiß nicht, ich weiß nie, wie wirklich, wie ich das beurteilen kann. Das geht jedem anderen YouTuber ja ebenso. Man fragt sich immer, wo kommt das her? Was hat das für eine Begründung? Und ich wäre dankbar vielleicht, dass wenn die Leute, die jetzt Dislikes verteilen, ich sag's auch gleich, ich werde die Bewertung jetzt hier mal ausschalten, wenn sich diese Disliker vielleicht mal melden könnten. Wäre wirklich nett, obwohl ich den Eindruck habe, dass das Leute sind, die nicht die Courage dazu haben, aber ja, vielleicht könnt ihr ja bloß widerlegen, meine Meinung, meine Ansicht. Vielleicht traut ihr euch ja doch. Ich wäre euch dankbar. Ihr habt nichts zu verlieren. Ich werde hier keinen niedermachen oder so. Ich weiß gar nicht, ob dieser Eindruck überhaupt besteht. Ich hoffe ja nicht. Ja, da kommen wir auch schon zur dritten Frage. Ich will das jetzt nicht so lange machen. Die dritte Frage lautet, was wünscht ihr euch für diesen Kanal? Soll heißen, was konkret? Also gar nicht erstmal unbedingt irgendwelche Vorschläge, da habe ich nämlich auch nochmal eine Frage zu, sondern erstmal, was ist euer grundsätzliches Anliegen? Ist das so ruhig so wirklich nur eine Sache? Also gar nicht, ja, ich möchte das und das und das und das. Dazu kommen wir noch später. Erstmal ganz grundsätzlich. Was wünscht ihr euch für diesen Kanal? So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist eurer Meinung nach der Grund für die sinkende Resonanz auf meinem Kanal? Gut, dazu muss ich anfangs sagen, natürlich werdet ihr euch jetzt sagen, ach, was wundert der sich? Das ist doch ein Trend, der ohnehin auf YouTube besteht und so vielen Gameplay-Videos. Ja, das weiß ich, wie ihr jetzt heraushören könnt, aber speziell bei mir. Es geht jetzt um meine Sachen. Nämlich, ich habe auch bei mir festgestellt, dass die Resonanz gesunken ist. Das ist natürlich etwas, was jeder feststellen muss, aber so allgemein hin finde ich das nicht, dass das so ist. Ich habe jetzt inzwischen, sofern sich jetzt gerade nichts geändert hat, 570 Abonnenten, von denen circa, ja, wenn es hochkommt, über mehrere Tage, bei einem Video komme ich dann vielleicht mal auf 100 Views, wenn ich Glück habe inzwischen. Durch das neue Design hat sich das auch wieder verschlechtert, muss aber auch mal angesagt werden, angesprochen werden von mir, denn ihr müsst immer wissen, man braucht ja selber auch den Anreiz dazu, weiterzumachen und auch das Gefühl zu haben, das finde ich fast noch wichtiger, dass man die Arbeit richtig verrichtet. Damit komme ich dann zur letzten Frage, zur fünften. Habt ihr besondere Ideen und Vorschläge für das Kanalkonzept? Für die Zukunft? Daher ja auch, wie seht ihr die Zukunft dieses Kanals? Ja, soll nicht nur heißen, also nur mal auf die Grundfrage zurückkommend, wie seht ihr einfach den Kanal, wird dann zwei Monate geschlossen oder so, sondern so nicht, nein, sondern was habt ihr für Ideen und Vorschläge einfach? Jetzt könnt ihr einfach sagen, was fällt euch da ein? Und ich wäre euch, dass ich wirklich dankbar, jetzt, das war jetzt die letzte Frage und ich werde das Video auch gleich beenden, ich wäre euch wirklich dankbar, wenn da ein paar gescheite Sachen bei rumkommen. Werden wir alles durchlesen in der Zwischenzeit. Ja, das war's, ich rede nicht mehr, ich bin fertig und freue mich dann auf das nächste Video und sage nochmals gegen Ende hin, ich war immer ehrlich mit euch, ich habe immer ein offenes Ohr gehabt und es gab jetzt auch nie wirklich so große Probleme. Ich meine, die Probleme gegen Anfang hatte ich überhaupt keine Probleme auf YouTube, da habe ich, glaube ich, sogar weniger Probleme gehabt. Und jetzt mittlerweile ist YouTube ein bisschen unspektakulär geworden. Früher war das was ganz Besonderes, sage ich mal. Inzwischen ist es normal geworden, aber man kann das ja damit wieder in die andere Richtung lenken, indem man einfach mal wieder etwas mehr Aktivität zeigt. Ich weiß, ich kann die Videos zuhauf machen, sage ich auch nochmal, und euch dazu anregen, Aktivität zu zeigen. Es wird nichts passieren, das weiß ich jetzt schon. Aber vielleicht besteht ja doch die Hoffnung, dass der eine oder andere sich da mal Gedanken macht und sich dazu durchringen kann. Ich sage auch mal ganz ehrlich, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, das ist gerade, das, was mir gerade noch einfällt, das will ich hier gerade nochmal mit einflechten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, ob man irgendwie Duels machen könnte. Ich bin immer jemand, der sehr viel alleine macht. Aber das muss ja nicht sein, man kann ja mal gerne irgendwas zusammen machen, auch mit Leuten. Ich würde mich riesig freuen. Dann kann man auch mal das Publikum sich mal auch teilen, sage ich mal. Von der einen Seite ist das auch eine Möglichkeit. Und ich sage mal ganz ehrlich, wenn ihr jetzt denkt, ach ja, geht es um Klicks oder irgendwas. Ich sage euch mal ganz ehrlich, wenn es mir um Klicks ginge, dann wäre ich schon lange nicht mehr hier, sage ich euch mal ganz ehrlich, da wäre ich schon lange nicht mehr auf dem Kanal, hätte ich schon lange Schluss gemacht. Also das sollte auch nochmal ein Beweis sein, dass mir viel an euch liegt, an eurem Feedback. So 100% beinahe schon. Okay, sicher. Wenn man ein bisschen was für die Arbeit bekommt, ist es ja auch nicht zu verachten. Aber das geht damit einher, finde ich. Klicks mit Feedback geht damit auch dann irgendwie einher. Wobei Klicks natürlich nur nichts aussagen. Wie gesagt, wenn ihr da Vorschläge habt, auch wenn man mal mit Leuten was zusammen machen kann, es gibt eine so große Total War Community, Leute. Ich weiß gar nicht, ob euch zumindest den Zuschauern von mir das gar nicht, ob das denen wirklich so bewusst ist. Den meisten wahrscheinlich schon, aber vielleicht einigen nicht. Wir haben einen inzwischen, früher muss man auch, ich will das echt nochmal mit einbauen. Würde das Video vielleicht auch etwas länger. Aber wer das bis zu Ende guckt, das wäre ja nicht schlecht. Es gibt eine so große Total War Community überhaupt. Und so viele Kommentatoren. Wen könnten wir da aufzählen? Da gibt es General Pilofas, da gibt es Udi, Inu und so sind ein bisschen inaktiver geworden. Okay, da gibt es The Green Bambi, habe ich gesehen. Da gibt es, von dem ich ja auch ein paar Replays bekommen habe, da gibt es Review Game X. Ich habe nicht so viel Kontakt zu denen bisher aufgenommen, aber ich wurde immer so ein bisschen außen vor, kam ich mir mal vor. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht gucken ja auch einige von den größeren Zuschauern, größeren YouTubern, wenn man es mal so nennen kann, zu und können sich da mal melden, wenn Interesse besteht, mit mir was zusammen zu machen. Ich würde mich freuen, wirklich. Wen haben wir noch? Günther Shadow, soviel ich weiß. Das ist das, was mir gerade einfällt. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Das ist ja auch schon mal einiges, was da zusammenkommt. Ja. Bevor das jetzt noch länger wird, breche ich dann doch mal ab und hoffe mal, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und ich würde mich freuen. Es ist auch kein Grund, Trübsal zu blasen, um Gottes Willen, aber ich finde das sehr wichtig. Denn ich weiß, natürlich hängt es immer von der Attraktivität des Spieles ab, dass man zeigt, es ging nie um mich wirklich. Das weiß ich und das wird auch so in Zukunft bleiben. Das ist einfach so. So wird es dann auch bei Rome 2 sein. Wenn man Rome 2 Sachen macht, dann kommen auch viele Leute vorbei, aber nur wegen Rome 2 und nicht wegen mir. Das weiß ich. Und das war bei Shogun auch nicht anders. Es geht mir so gar nicht darum, dass ich mich irgendwie in den Vordergrund drücken will. Das werde ich nie, selbst wenn ich das wollte, werde ich das nie schaffen. Das weiß ich jetzt schon. Mir liegt einfach daran, dass ich euch unterhalten kann, dass ich euch eine Freude bereiten kann mit meinen Videos, wie ich das schon früher gesagt habe. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Nur ich muss auch wissen, woran ich bei euch bin. Nun schreibt jeder nur einen Kommentar und man kennt diejenigen nicht persönlich, man kennt nicht seine Vorlieben oder so. Diejenigen kannst du nur einmal schreiben und das ändert sich eben. Man muss es nehmen, wie es kommt, sage ich mal. Aber trotzdem wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr da mal eine ehrliche Meinung zuschreibt und wirklich auch viel. Von mir aus auch mehr Kommentare. Ihr müsst nur einen schreiben und das so kurzfassen. Nehmt euch ruhig mal Zeit und macht längere Kommentare. Da habe ich mehr von, als wenn dann Sachen nochmal nachgetragen werden. Lasst euch ruhig Zeit. Ihr könnt, wie gesagt, auch mehrere Kommentare schreiben. Ist mir vollkommen egal. Da habt ihr ja alle Freiheit. Die will ich euch ja gar nicht nehmen. Ja, ansonsten war es das. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Taya Hero.